Hallo und willkommen zurück zu... Wie fange ich einen Käfer? Ich meine, zu... Nein, Käfer, geh nicht weg! Käfer, verlass mich nicht! Okay, sammle ich dich halt so ein. Na, ich wollte gerade schön das Wolkenkäfer-Dingens... Wie guckt liegt denn da immer? Das geht doch nicht! Egal, ich wollte halt einfach mal kurz das Käfer-Netz zeigen, aber... Irgendwie habe ich keine Käfer so spontan gefunden. Fand ich sehr schade, bis auf den. Aber wenn ich mich richtig erinnere... Gab's hier manchmal auch einen Käfer. Hat wohl gerade keine Lust rauszukommen. Na gut. Ah, hier. Okay. Okay, ganz vorsichtig. Perfekt! Du hast einen Himmelsanbeteran gefangen. Mit seinen starken Greifarmen macht dieser Insektjagd auf seine Beute. Es lebt gerne in lüftigen Höhen. Macht Sinn, wenn's im Himmel anzutreffen ist. Ja. Okay, dann geht's... Entschuldigung, Fai, ich wollte dich gerade nicht rufen, aber danke, dass du an mich denkst und direkt erscheinst, wenn ich das so will. Ja. Na gut, dann suchen wir jetzt mal nach Cookie, würde ich sagen. Und der erste Hinweis, den wir erhalten, ist von diesem Typie. Hey Link! Warst du... Warst du... Warst du... Ein paar du doofen Angeber? Cookie! Wir haben neulich beim Friedhof zusammengespielt. Ah, meine Mama hat mich gerufen. Ich bin... Äh... Äh... Als meine Mama gerufen hat, bin ich nach Hause gerannt. Was ist denn passiert? Äh... Zu finden ist, oder... Der uns sagt, wie wir da hinkommen, wo Cookie ist. Blubb. Ihr versteht schon. So, wo flieg ich denn gerade hin? Ungefähr Richtung stimmt. Das müsste... Das da hinten sein? Eventuell? Äh, ich muss es ein bisschen beschleunigen. Also, Sturzflug muss sein. Äh... Bin ich richtig? Nein. Es ist dann wohl das da. Bin ich richtig? Ja. Sieht gut aus. Yay, Sturzflug! Wenn wir Glück haben, sind... Ist da Geld drin? Dann ist da viel Geld drin. Wow! Was war das? Ich wollte doch abspringen. Nein! Lenk! Okay, dann halt nochmal. Was solle dies? Das geht doch nicht. So. Geht doch. Ah, Schatzkiste. Öffnen. Yay! Oh, wow. Okay. Damit... ...hat ich wirklich nicht gerechnet. Aber okay. Das ist cool. Noch zwei Herzteile. Cool. So, und dann fliegen wir jetzt zu den anderen beiden Schatzruhen. Und wie wir gleich erfahren werden, ist das sogar ein Ort, wo wir, äh, ja, öfters wahrscheinlich hin werden. Ach komm. Was ist denn los? Also manchmal verstehe ich den Wolkenvogel nicht. Normalerweise ist er ja recht schnell. Aber dann hat er wieder so seine Phasen, wo er einfach nur extrem lahm fliegt. Und manchmal fliegt er nicht dahin, wo ich ihm sage, dass er ein Ding soll. So, Stützflug. Ja. 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 Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Ja. Ach ja, das ist schön. Nein, nicht runterspringen. Oh, okay, das... Gut. Ja, die Truhe ist tatsächlich auf dem Dach drauf. Goldener Rubin. Er ist unglaublicher 300 Rubine wert. Leute, merkt euch das. In Skyward Sword solltet ihr unbedingt, wenn ihr diese Truhen aufmacht, genügend Platz da haben. Ihr verschenkt, beziehungsweise ihr könnt sehr, sehr, sehr schnell sehr viele Rubine verschenken. Und später freut man sich dann halt doch mal darüber, dass ein paar Rubine da sind. Egal. Machen wir mal einfach diese Truhe auf und gucken, was drin ist. Es ist eine Abenteuertasche. Wir könnten eine weitere Siete mit uns führen. Und damit haben wir uns 300 Rubine bei Terry gespart. Aber nein! Wenn wir uns das angucken. Es hat sich nicht automatisch angeordnet. Also, normalerweise, wenn wir es so in Twilight Princess sehen würden, dann würden das ja so in einem Fünfeck jetzt angeordnet sein. Nein, hier gibt es tatsächlich noch drei weitere Abenteuer-Taschen-Erweiterungen. Und die kriegen wir, glaube ich, alle, soweit ich weiß, von Terry. Und das wird teuer. Die könnten wir uns noch besorgen. Oder die, oder die, oder die, oder ich weiß nicht. Vielleicht auch die hier. Sexy Abenteuertasche. Ich habe nichts gesagt. Okay, wir gehen einfach mal rein. Danke, Link. Bevor es peinlich wird. Das ist doch das Lied, was dann auch später gesungen wird. Das ist doch das Lied, was dann auch später gesungen wird. Entschuldigung, ich bekomme es nicht hin. Aber ich werde definitiv mitsingen, wenn sie dann später singt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das ist schlimm. Das Volkmonster, du glaubst mir, oder nicht? Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon. Und niemand überlegt die Begegnung mit ihm. Was, du willst wissen, ob ich schon mal gesehen habe? Äh, mir egal. Hey, unterbrich mich gefälligst nicht, während ich meine Geschichte erzähle. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe eines großen Baumes auf dem Riethof mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er der Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für seine Bestie Zier. Ziemlich unübliche Eleganz die Tür hinter sich. Ich werde diesen Anblick in meinen Lebtag nicht vergessen. Halt dich nachts vom Friedhof fern. Danke. So, und das war der entscheidende Hinweis, wie wir Cookie finden können. Und wer aufmerksam zugeguckt hat. Hallo, Capoccia. Hallo, du. Du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenhaut aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und spann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort oben herunter zu bekommen. Manche Leute behaupten, man könnte den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Erste Regel von Videospielen. Tu immer das, was das Videospiel sagt, dir nicht zu tun. YOLO! 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 Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst, Mann? Mach sofort, dass du hier runterkommst! Link! Was sollte das? Also wirklich? Äh, du bist doch dieser Strux, oder... Doch, du bist Strux. Stru... 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 Oh nein, schau nur, was du für ein Chaos veranstaltet hast. Schätzt du, dafür gibt es einen Satz heiße Ohren? Ich glaub auch. Wenn ich mich nicht beeile, sind die Rubine weg! Aber davor noch das Herz soll mitnehmen! Und das stört irgendwie keinen, dass ich das einfach mal so mitgehen lasse. Ahem. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich hätte die Rubine nicht erwähnen sollen, dabei wollte ich dich warnen. Gib bloß nicht mir die Schuld, wenn dir mein Vater einen Standpauke hält. Du bist an allem schuld, Mann! Entschuldigung und so. Ich geh da mal wieder. Tschüss! Äh, wo ist die Tür? Tschüss! Ich geb... Hey! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich nach dieser Aktion einfach so gehen lasse, oder? Hey! Du glaubst doch wohl nicht... Blabliblablablablabla... Hab ich doch gerade immer schon gesagt, Mann! Okay. Ich geh ja schon. Ist es wirklich der richtige Zeitpunkt, um sich an der Pause zu gönnen? Hast du nicht etwas zu erledigen? Was meinst du denn? Ah! Meinst du, ich soll jetzt mit dir reden? Es ist das, was du willst. Fai, was ist das für ein Gegner? Dieses Biskur, der dickköpfige Besitzer der Kürbis war, die er zusammen mit seiner Tochter führt, die kräftigende und heilende Wirkung seiner Kürbis, so wie es im Volkern hat, bekannt und geschätzt. Alles klar? Na gut, dann... Es tut mir leid, Mann, ich hab das doch nicht gewollt. Das war dieser komische Typ, der mich steuert. Deshalb, obwohl ich wollte, was hast du getan, Mann! Mein handgefertigter Grundleuchter ist komplett ruiniert! Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in deinem Grundleuchter steckt, wieder abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Ja. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Volkenhaut meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Sicher, natürlich. Sehr schön, hier hast du etwas heiße Kürbelsuppe. Bring ich sie dem Schwertmeister, aber Hurtig! Na, worauf wartest du noch? Du hast heiße Kürbelsuppe behalten! Diese hausgemachte Kürbelsuppe kühlt innerhalb von fünf Minuten ab! Oh nein, wir müssen uns beeilen! Das schaffen wir doch nie in fünf Minuten! Oh mein Gott! Ach, eine Sache noch kleiner! Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen! Du sollst mich mit der Lieferung etwas beeilen! Also los! Zack, zack! Mach hin, Mann! Ja, okay, ich lauf schon! Wo muss ich hin? Hier lang! Lauflenk! Oh nein, wir haben nur fünf Minuten! Es ist so knapp! Ich komme in dieser Geschwindigkeit nicht klar, mit der ich diese Suppe da hinbringen muss! Tschöp! Ach ja! Und jetzt beginnt halt eine kleine Nebenquest, die uns am Ende, glaube ich, sogar noch ein Herzteil beschert! Aber die können wir noch nicht... Zumindest jetzt bis zum Ende durchmachen! Wir können ein bisschen was machen, aber... Noch nicht alles! Dazu fehlt uns nämlich noch ein Gegenstand! Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade darauf zufliege, das werdet ihr gleich sehen! Gleich! 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 Tschöp! Jupp, es ist ein Powerboost-Teil! Dingenskirchen! Ja! So heißt das! Den Namen habe ich mir nicht gerade ausgedacht! Und weil wir cool sind, springen wir jetzt direkt vor dem... Äh, Dojo ab! Juhu! Und diesmal drücke ich meinetwegen auch den Paraschirm... ...Gleitschirm... Zupp! Oh! Hi Gross! Was gibt's denn? Hey! Hallo Link! Weißt du denn schon, wo unsere Zelle da ist? Oh! Ich verstehe! Na dann streng dich an! Da fällt mir ein... Ich habe eben Cookies Mutter hoch zum Tempel laufen sehen! Was sie wohl dort macht? Hä? Was sagst du da? Die kleine Cookie ist verschwunden? Wie schrecklich! Ich mache mich sofort auf die Suche! Du sollst noch... ...auch ein paar andere Leute fragen, ob sie vielleicht Cookie gesehen haben, Link! Ja... Dafür, dass du dich sofort auf die Suche übergibst... ...bist du gerade ziemlich... ...ääh... ...auf der Stelle stehend! Hüpp! Okay, dann bringen wir mal dem Schwertmeister seine Suppe... ...und reden gleich mit dem Stein! Anscheinend hat er was zu sagen! Aber ich glaube, der sagt uns dann auch nur, dass wir mit dem alten Mann sprechen sollen! Beeilung, Beeilung! Hey! Hallo, Link! Übst du auch Fleiß mit dem Schwert? Hm? Das ist doch... ...nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe! Der Besitzer der Kürbissuppe hat dich etwa gebeten, mir die zu bringen... ...und du hast einfach so eingewilligt! Um ehrlich zu sein? Nein, ich bin gezwungen worden! Oh, ich verstehe! Dabei habe ich ihn extra darum gebeten, mir jeden Tag meine Suppe zu bringen! Wenn ich nur einen Tag ohne diese Kürbissuppe leben muss, werde ich zum wilden Affen! Okay! Ja, ja, ich übe fleißig mit dem Schwert! So, jetzt gehen wir in die Suppe! Einfach nur so mal zum zeigen, was alles geht! Genau so ist es, Mann! Na dann, her damit, aber huhr, Dick! Niemals! Was bist du denn für ein Scherz, Bolt? Würdest du nicht gebeten, mir diese Suppe zu bringen? Was soll denn das? Wenn du sie selbst nicht essen möchtest, dann bringen sie mir gefälligst eine neue! Aber wehe, wenn sie nicht heiß ist! Oh, dann raste ich aus! Okay, wir geben ihm schon seine Suppe! Aber es ist halt möglich! Und ich meine, wir haben jetzt gerade noch genug Zeit, nehme ich an! Genau so ist es, Mann! Ich bringe dir deine heißgeliebte Suppe! Bitteschön! Mh, einfach lecker! Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie so richtig heiß ist! Gut gemacht! Bitte richte den Besitzer der Kürbispaar meinen besten Dank aus! Okay, alles klar, mache ich das nächste Mal! Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich ihm eine kalte Kürbissuppe gegeben hätte! Müsste man später nochmal ausprobieren irgendwann! Wenn man so auf Ende zugeht! Na gut, wie wir jetzt sehen... Wie wir nicht sehen... Haben wir keine... Flasche! Keine neue Flasche! Das heißt, wir hatten eigentlich... Eine alte Flasche von uns verwendet! Logik! Bitte schnell greif ein! Lass mich nicht dumm dastehen! Logik ist gemein! Äh, egal! Vielleicht haben wir sie auch nur im Inventar! Mal gucken! Da einmal lang, da einmal lang! Da ist nichts, da ist nichts! C gibt's nichts! Minus gibt's nichts Neues! Okay, alles klar! Na gut! Auf jeden Fall, dafür, dass wir den Kronleuchter geburt gemacht haben, kriegen wir eigentlich relativ viel Zeug von dem Kürbisbesitzer! Also ein bisschen Vandale lohnt sich anscheinend! Das will uns das Spiel damit sagen! Und da wir schon gerade eben so schön... hingeflogen sind durch dieses Warblock, nehmen wir das einfach direkt wieder! Ja, so einfach ist das! Die funktionieren nämlich soweit ich weiß in beide Richtungen! Wenn ich mich richtig erinnere! Das kann natürlich ein Fehler sein, und wir fliegen jetzt gegen eine Schallmauer, den ganzen Kirchen! Nyaung! Ne, anscheinend hab ich recht! Ne, anscheinend hab ich recht! Okay, gehen wir einfach mal durch den Hintereingang! Ach, ja! Das ist sehr viel länger gezogen, als das Lied später! Okay, egal! Ausgezeichnungsmuster hat man sich so gebracht, woher weißt du das? Nun, lass dich mal kurz über deine Schulden, über den kaputten Kronleuchter verrechnen! Äh, aber schuldenfrei bist du noch nicht! Äh, da findest du schon neue Aufgaben für uns! Schau später wieder vorbei! Vielleicht machst du, äh, vielleicht bist du dann ja etwas angefallen! Blablabla! Ist du bis jetzt etwas angefallen? Okay! Naja, das ist eine gute Idee! Ich kaufe einfach heiße Kürbissuppe bei dir! Äh, ja, ich nehm ne Portion mit! Na, endlich! Hier, bitteschön, Mann! Ich will mal versuchen, dem Schwertmeister jetzt ne kalte Kürbissuppe zu bringen, oder generell nochmal ne Kürbissuppe zu bringen! Ich mein, wenn ich ihm jetzt nochmal eine bringen kann, dann geb ich ihm ne kalte! Ich bin mal gespannt, was er dann macht! Oh, Kapuccia, was gibt's denn? Soll ich dir helfen? Ah, ja! Ja, das wusste ich, dass die Kürbiss Erde kurz bevorsteht! Ich muss zugeben, dass es mir recht schwerfällt, diese wuchtigen Dinger zu tragen! Dann ist doch eigentlich schon unsere nächste Aufgabe, prädestiniert dafür! Ich sprech mal kurz mit deinem Vater! Vielleicht lässt er mich ja dann endlich in Ruhe! Hey, hier, Typie! Ich würde gerne im Feld arbeiten! Aber das ist doch eine tolle Aufgabe, oder nicht? Na! Anscheinend nicht! Na gut! Dann halt nicht! Ja, ich würde ja arbeiten, aber du lässt mich ja nicht! Ich würde gerne bei der Ernte helfen! Aber irgendwie hört ja niemand Link zu! Das ist schon seltsam, oder? Leute! Aber naja, Link ist das ja schon eigentlich längst gewöhnt! Auch wenn's ein bisschen schade ist! Na ja! Aber Leute, es ist mal wieder Zeit, den Part zu beenden! Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt beim nächsten Mal! Wenn die fünf Minuten um sind, direkt beim Dojo-Meister, Schwertmeister wieder! Also Leute, bis dann! Und entschuldigt bitte den Cut! Und dass ein bisschen halt weggeschnitten wird! Denke ich! Oder ne doch, ich lass es drin! Kommt noch in diesem Part! Entschuldigung! Und dann gleich erst kalte Kürbessuppe und blablablub Zeug! Wir können ja auch erst mal schlafen gehen! Ich mein... Oh komm, Vogel, flieg! War das ne weise Entscheidung, das jetzt noch in den Part zu packen? Ich mein, das sind ja knapp zwei Minuten bis dahinten! Miau! Aber ich denke, schlafen wäre wirklich keine schlechte Idee! Ich mein, wir alle müssen schlafen! Und Link ist ja auch wie wir ein Mensch! Ein bisschen! Also... Ein Wolkenkind! Ja... Ich denke, da passt die Bezeichnung schon! Zip! Direkt ins Bett fallen lassen! Miau! Saubere Landung! So! Wir verschwinden dann erst mal im Bett und hoffen, dass da ein bisschen Zeit mit rumgeht! Oder wir... gehen ein bisschen der Cookie-Quest nach! Ja, ich denke, das machen wir! Tschau! Aber das sind wir wirklich im ersten nächsten Part! Tschau, tschau!